Hallihallo Hallöle, heute koche ich für Sie mein Lieblingsessen, hat mir meine Mami beigebracht. Also, erstens einen Topf auf den Herd stellen, zweitens Rahmspinat von Iglo rein, drittens Herdplatte auf, zweitens, viertens, umrühren, warten. Rührt sich ganz leicht, obwohl meine Mami immer sagt, dass so viel Eisen im Spinat ist. Hups, jetzt hat er Blub gemacht. Iglo Rahmspinat, der mit dem Blub frischer Sahne. Komm, mach nochmal Blub.